Im Millennial durchschreitet ihr viele Zeitalter, erlebt eine alternative Geschichte und müsst viel kämpfen, um euer Gebiet zu erobern, zu erweitern und die Barbaren, die euch von Anfang an auf die Nerven gehen, zu beseitigen. Um das zu schaffen, will ich euch dieses Video bringen, denn ich will euch einfach mal die Grundlagen zeigen des Kampfes, sodass ihr vorbereitet seid, jetzt wo das Spiel neu herauskommt und ihr eine Ahnung habt, was so die Stärken und Schwächen verschiedener Einheiten sind, wie das Kampfsystem genau abläuft und wie ihr dann die Karte dominieren könnt. Solltet ihr noch unentschlossen sein, ob ihr das Spiel überhaupt kaufen wollt und wie der Start auch im Spiel funktioniert, dann schaut euch mal ein gutes Startvideo an, der Klassiker des Beginner Tutorials, da könnt ihr einfach sehen, welche Ressourcen mir entgegenkommen, welche Mechaniken es gibt, welche Neuerungen es auch in dem immer komplexer werdenden Spielmechanismen gibt, aber halt so runtergebrochen, dass ihr wirklich da einen ersten Schritt habt, um das Spiel zu beginnen. Auch in diesem Video gehen wir einfach auf die Basics ein, sodass ihr eine gute Idee habt, was kommt beim Kampf auf euch zu, was wird im Laufe des Spiels immer weiter sich da entwickeln, worauf müsst ihr achten, wie könnt ihr grundlegend halt wirklich auch Gegner besiegen, weil es halt natürlich schon ein anderes Kampfsystem ist, das nicht unbedingt gut präsentiert ist, was man einfach ehrlich sagen muss. Und deswegen ist es umso wichtiger, euch das einfach mal grundlegend zu vermitteln, damit ihr einen Anhaltspunkt habt, wo ihr anfangen müsst und wie ihr dann auch euch weiterentwickeln könnt. Noch kurz bevor wir anfangen, ich will euch ein Disclaimer sagen, weil ich ein ehrlicher Mensch bin, ich habe das vor allem durch die Demo-Erfahrung und die Videos, die ich mir angeschaut habe, zusammengesammelt, sodass ich halt vorab schon mal eine gute Idee habe, wie das Kampfsystem funktioniert. Ansonsten bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen, lasst gerne ein Abo da, ein Like da, das hilft mir auf jeden Fall weiter, sowas weiter zu produzieren für euch und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Grundsätzlich kämpfen wir Millennia auf drei verschiedenen Arten, entweder in der Luft, auf dem Wasser oder auf dem Land. In dem Video geht es natürlich vor allen Dingen um das Land, wobei wir kurze Ausschnitte mal zu Wasser haben und auch zur Luft, damit ihr auch eine kleine Ahnung habt, was da so vor sich geht. Allerdings ist das Landkampfsystem doch am ausgeprägtesten in meiner Meinung nach. Ja, als nächstes sollte man nicht vergessen, dass Millennia ein rundenbasiertes Kampfsystem hat, das so ein bisschen wie ein Autobälle ausspielt. Also ihr könnt dann nichts mehr bewegen, wie bei jetzt zum Beispiel Humankind, sondern dieser Kampf wird dann schon vorexerziert, ihr könnt euch die Ergebnisse dann nochmal anschauen, ihr seht die Ergebnisse auch direkt auf der Karte. Und da muss man halt ein bisschen was beachten. Gehen wir zuerst mal auf die Einheiten und die Einheitentypen und alles, was so wichtig ist, mit den Einheiten ein. Denn das ist ganz essentiell, dass ihr das zunächst mal versteht, damit ihr wisst, wo ihr einen Vorteil aus den Kämpfen schlagen könnt, wo größere Kämpfe auch noch irgendwo kontrollierbar sind und dass ihr eure Ausgangsposition möglichst gut gestaltet, um erfolgreich zu kämpfen. Aber genug des Vorgerätes. Wir schauen uns einfach mal hier diese Kriegsschau an, die ihr im Bildschirm erkennen könnt. Wir haben da verschiedene Stats, die jetzt schon relativ wichtig für uns sind. Ich werde die alle einzeln durchgehen und euch erklären, sodass ihr wisst, worauf ihr zu achten habt. Eine der wichtigsten steht schon direkt am Anfang, denn unsere Krieger-Kriegsschau ist eine Linieneinheit, also Laien, wie hier steht. Und das macht sie zu einer gewissen Klasse von Einheiten, die wir einige haben, so wie Fernkämpfer, mobile Einheiten wie Kavallerie oder eben hier die Linieninfanterie. Da kommen auch noch weitere Einheitentypen hinzu, die auch noch besondere Fähigkeiten mit sich bringen und dann eben verschiedene Vor- und Nachteile bieten. Alles funktioniert dann nach dem Schere-Stein-Papiersystem. Das heißt jetzt zum Beispiel hier die Warband, die Kriegsschau, das könnt ihr unten erkennen, hat einen Kampfmodifikator gegen Kavallerie, wodurch ihre Offensivfähigkeit, die hier 7 beträgt, auf 14 gesteigert wird, also mal 2 gerechnet wird. Wenn wir eh schon davon reden, gehen wir auf die Statistiken ein. Wir haben also die Offensivfähigkeit, also Attacke, genauso wie die Verteidigungsfähigkeit, die hier 10 beträgt. Dann gibt es das Leben und ganz wichtig auch die Moral. Das Leben von dieser Einheit ist höher als die Moral, wird also Schaden an der Moral verursacht und die geht auf 0, dann flieht die Einheit und kann nicht mehr am Kampf teilnehmen. Außerdem haben wir die Bewegungsfähigkeit, natürlich immer noch den Unterhalt, den man bezahlen muss und ganz wichtig, Unrest Suppression, das heißt, wie sehr kann ich Revolten unterdrücken, wo zum Beispiel sowas wie eine Stadtwache wesentlich besser drin ist und auch nochmal ganz besondere Modifikatoren aufweist. Zum Vergleich können wir einfach mal den Bogenschützen heranziehen, ihr seht, die Moral ist wesentlich geringer, der Bogenschütz würde auch immer hinter der Linieninfanterie stehen, heißt, wird auch nicht im Nahkampf angegangen, solange dann irgendwas vor ihm steht und ganz wichtig, macht 2,5 Schaden gegen Linieninfanterie. Spätere Verkampfeinheiten können natürlich auch einen höheren Multiplikator haben. Außerdem kommen später auch neue Modifikatoren hinzu, wie zum Beispiel hier bei der Linieninfanterie, dass sie gegen gerüstete Einheiten auch doppelten Schaden bzw. doppelte Offensivfähigkeit besitzt. Zusammenfassend können wir also sagen, unsere Offensivfähigkeit, also unser Attack, wie hier steht, ist unser Schaden, den wir austeilen und unsere Verteidigung verringert diesen Schaden. Da waren die Informationen schwierig zu finden, es wird wahrscheinlich ein ähnliches System sein, wie halt bei Age of Honor 4 und so weiter, dass prozentual dieser Schaden verringert wird. Ob es direkt prozentual ist, bedeutet 10 Verteidigung, 10% weniger Schaden. Das wird auch nicht wirklich in der Demo kommuniziert, soweit ich das gesehen habe. Man kann aber davon ausgehen, je höher die Verteidigung, desto mehr die Reduktion dieser Offensivfähigkeit. Verdopple ich also meine Attacke von 10 auf 20, mache ich theoretisch 20 Schaden an den Lebenspunkten. Das wird aber eben verringert um die Verteidigung, die mein Gegner aufweist. Ist meine Lebenspunktleistung natürlich auf 0 reduziert, stirbt die Einheit und kann auch nicht mehr gerettet werden. Beim Fliehen ist sie zumindest noch existent, kann aber glaube ich relativ leicht dann überrannt werden, auch ohne Kampf, wenn keine Einheit mehr Moral hat. Merken wir uns also, bevor wir jetzt wirklich mal in den Kampf hineingehen. Die Linieninfanterie countert Kavallerie, also mobile Einheiten. Die Fernkämpfer countern die Linieninfanterie und natürlich countern die Kavallerie Einheiten, die Fernkampfeinheiten. So ist das dieses gewisse Schere-Stein-Papiersystem für die Landkämpfe. Ihr müsst also immer darauf achten, gegen wen kämpfe ich gerade? Kämpfe ich gerade gegen barbarische Reiterhorden? Kämpfe ich vermehrt gegen Linieninfanterie, schwere Sperrkämpfer oder gepanzerte Einheiten? Kämpfe ich gegen viele Fernkampfeinheiten? Solltet entsprechend reagieren und den jeweiligen Counter bauen? Doch gehen wir jetzt einfach mal in den Kampf hinein, bevor wir jetzt die ganze Zeit nur auf diesen einen Bildschirm starren. Wir haben den Kampf folgendermaßen als so einen Autobattler, wie ich schon gesagt habe. Und der Kampf läuft immer drei Runden lang. Warum zeige ich euch diesen relativ bescheuerten Kampf, um es mal so zu sagen? Der liebe Steinwein hatte hier gegen einen Kriegsherren mit seiner Miliz in der Verteidigung aller Stadt gekämpft. Diese Stadt hat offensichtlich noch keine Wände. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, wo wir später zu kommen. Sondern diese Miliz hat sich auf dem Feld diesem Kriegsherren gestellt. Und der Kriegsherr ist natürlich weit überlegen. Er kann also diese Milizen theoretisch auslöschen. Aber es gibt halt nur drei Runden. Deswegen seht ihr hier, wie die Milizen alle vier Stück dreimal angreifen. Und der Kriegsherr natürlich mit drei Angriffen diese ganze Milize nicht umbringen kann. Auch wenn er viel, viel mächtiger ist und viel bessere Stats hat. Ähnlich läuft das auch in diesem Kampf. Und ich kann euch da schon meinen ersten Tipp mitgeben. Nutzt dieses System massiv aus. Versucht halt wirklich zu stallen, wie man so schön sagt. Also irgendwie starke Gegner anzuhinderung, euch komplett zu überrennen. Werft ihnen entweder Armeen entgegen, die nicht so wichtig sind. Baut eine starke Verteidigung auf, die einfach lange durchhält, bis eure Armeen zurückkommen. Das macht das System erstmal ganz interessant. Und wir haben halt die Möglichkeit, da wirklich auch einzugreifen indirekt. Bevor wir den Kampf jetzt verlassen, gucken wir uns nur ganz kurz eine Kleinigkeit an. Wir haben hier oben Angriffsanpassung und Verteidigungsanpassung steht. Das heißt, verschiedene Gebäude, Buffs oder irgendetwas wirken sich darauf aus, wie gut eure Verteidigung oder euer Angriff läuft. Das kann zu euren Gunsten verlaufen oder gegen eure Gunsten, sodass ihr halt einen Vor- oder Nachteil im Kampf besitzt. Beim nächsten Beispiel finden wir wohl das klassischste System. Wir haben vorne unsere Linieneinheiten und hinten unseren Fernkämpfer. Also wie ich eben schon erwähnt hatte, werden die Fernkämpfer immer nach hinten gestellt, solange es Linieninfanterie gibt oder Linieneinheiten oder mobile Einheiten gibt, die da eine Flanke oder eine Front bieten können. Und das ist auch wichtig, denn das solltet ihr ausnutzen, da ich ja eben schon erklärt habe, dass die Bogenschützen extrem niedrige Moral haben und auch generell sehr schwach sind, wenn sie in den Nahkampf gezwungen werden. Deswegen müsst ihr unbedingt dafür sorgen, dass ihr eine anständige, ausbalancierte Formation habt, die euch eben ermöglicht, Kämpfe auch gut zu bestehen und eure Fernkämpfer zu beschützen. Greift ihr dann wie in diesen beiden Beispielen eine befestigte Ortschaft an, wie jetzt diesen Barbarenstamm, dann müsst ihr auch noch mit Palisaden, Wänden und so weiter klarkommen. Die greifen eure Einheiten eigentlich immer zuerst an, wobei die Fernkämpfer auch eine Chance haben, die Einheit hinter der Palisade anzugreifen. Auch da weiß ich nicht genau, ist auch nicht vermittelt worden, wie die Chance dazu steht, warum das so ist, warum es nicht so ist. Ihr seht das hier in dem zweiten Beispiel. Aber es ist halt Tatsache, dass ihr davon ausgehen solltet, dass ihr immer zuerst die Palisade angreift. Währenddessen haut euch natürlich die gegnerische Einheit oder die Einheiten komplett aus dem Leben. Von daher müsst ihr aufpassen, dass ihr da eure Ressourcen nicht so sehr verschwendet und man bedenkt, es gibt diese Palisade. Oder ihr benutzt eben Artillerie, die ich euch schon gezeigt habe, die deutlich mehr Schaden an Verteidigungsanlagen macht. Die wird allerdings nicht am Anfang des Spiels freigeschaltet, sondern erst später, auch nicht erst bei der Raketenartillerie, keine Sorge. Ihr könnt also erkennen, dass die Verteidigungsanlagen sehr positiv für die Verteidiger sind, da sie eben den direkten Vorteil bringen, übermächtige Armeen theoretisch doch noch schlagen zu können, solange man halt nicht, wie jetzt hier, direkt von einem Bogenschützen erwischt wird. Außerdem könnt ihr natürlich mit Geländemodifikationen, Wäldern und so weiter auch euren Verteidigungswert, den ich eben einmal gezeigt habe, erhöhen und so einen kleinen oder größeren Vorteil zu erringen. Jede Einheit kann dann zu einem Anführer aufgewertet werden, der wiederum einen Taktik-Stat dazu hat. Diese Taktik-Stat erhöht nochmal die Angriffs- und Verteidigungswerte aller Einheiten in einer Armee. Das müsst ihr unbedingt beachten, denn diese Anführer können halt den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage machen, gerade in sehr großen Kämpfen. Natürlich könnt ihr auch wieder jede Einheit, die technologisch hinterher ist, aufwerten zur nächsten besseren Einheit. Das kostet hier aber kein Gold, also wie man hierbei jetzt bei der Kriegsschart so Sperrkämpfe Upgrade sieht, sondern diese Warfare Experience von der Domain, also auf Deutsch die Sphäre, die ihr da habt, Kriegsführung und davon eben Erfahrungspunkte, die ihr durch Kampf oder andere Dinge halt erhalten habt. Wenn im Hintergrund der mehr oder weniger, naja, epische Kampf auf Wasser stattfindet, einfach nur ganz kurze Werte zum Aufleveln. Natürlich haben eure Einheiten wieder so einen Veteranenstatus und kriegen dadurch mehr Stats. Es gibt allerdings nicht, wie bei Civilization jetzt, verschiedene Paths, wo ihr lang gehen könnt, zumindest soweit ich das weiß, wo ihr dann verschiedene Fähigkeiten wählen könnt, wo ihr andere dann nicht wählen könnt oder die ihr im Nachhinein dann noch beim nächsten Level nehmen könnt. Soweit meine Erfahrung ist beim Seekampf keine Unterteilung in Klassen zu finden, so dass ihr eigentlich nur Schiffe baut und schaut, dass ihr die besseren Schiffe habt und die anderen besiegt. Es kann natürlich sein, dass sich das nachher noch ändert, wenn das Spiel eben in spätere Stadien übergeht. Das will ich jetzt gar nicht beschreiben. Der Luftkampf funktioniert nochmal separat. Wenn ihr später in die Stadien noch hineinkommt, wo ihr Flugzeuge bauen könnt, könnt ihr diese einfach auf Einheiten schicken. Die lassen dann zum Beispiel Bomben fallen oder sonst irgendwas, was grafisch übrigens noch schlimmer aussieht als die anderen Kämpfe. Und damit macht ihr dann einfach Schaden. Eine Gegenwehr wird wahrscheinlich nur durch Anti-Air-Kanonen erfolgen können. Als letztes kann man noch sagen, dass es Domänenfähigkeiten gibt, die hier auch vorgestellt werden in verschiedenen Tutorials, zum Beispiel wie dieser Gewaltmarsch, so dass ihr eine Einheit ein zweites Mal bewegen könnt, damit auch einen zweiten Kampf tatsächlich provozieren könnt, was man auf jeden Fall beachten sollte und gut nutzen sollte. Man sollte generell nicht ohne Kriegsführungs-Domänenpunkte in den Krieg ziehen, meiner Meinung nach. Denn ansonsten könnt ihr die böse Überraschung erleben, dass die Gegner diese Punkte haben und ihr dann ordentlich auf die Mütze bekommt, ohne dass ihr euch da wirklich anständig gegen wehren könnt. Ihr könnt euch dann natürlich nochmal auf Kampf spezialisieren, neue Fähigkeiten freischalten mit den National Spirits, die ihr ja alle Part-Zeitalter freischalten könnt, wodurch ihr das Militärische dann nochmal weiter pushen könnt. Und das wäre eigentlich alles, was man zum Kampf erstmal als Grundlage sagen kann. Natürlich muss man auch mal sehen, wie erweiterte Kampfstrategien und so weiter sich ergeben, aber ich denke, ihr habt so einen guten Eindruck, was wartet einen beim Kampfsystem von Millennia, was sind so die Neuerungen oder Änderungen oder ganz andere Dinge, die man gegenüber anderen 4X-Spielen finden kann. Ich finde das System auf jeden Fall cool, es ist deutlich tiefer, als man denken mag und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, solche Videos einfach mal zu haben und so die erste Idee zu haben, worauf muss ich achten. Weil, wie gesagt, das Transportieren vom UI und so weiter ist halt auch nicht wirklich gut gelungen und deswegen bin ich ja als der gute Omni da, um euch da ein bisschen unter die Arme zu greifen. Ansonsten wisst ihr, was ich zu tun habe, like, subscribe und so weiter und so fort. Kommentiert gerne, sagt mir, was ihr haben wollt. Wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein!